Hallo liebe Schützer und Freunde des Ballsports. Bald ist es wieder soweit. Die Erftjäger machen unser schönes Fußball-Turnier am Vatertag. Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Elfmeterschießen. Die Grote-Versicherung präsentiert wieder den Super-Elfer. Und zwar geht es nicht ins Stadion samstags nach Bökelberg, sondern es geht nach München. Der Gewinner des Elfmeterschießens bekommt von der Grote-Versicherung zur Verfügung gestellt zwei schöne Sitzplatzkarten für die Allianz Arena. Hier könnt ihr schon mal sehen, so ungefähr ist die Stimmung da. Ihr könnt euch ein Spiel aussuchen. Ihr könnt euch auch mal erkundigen bei Mike Kaiser, denn der hat letztes Jahr das Schießen gewonnen. Und er hat sich natürlich das Heimspiel vom FC Bayern gegen die Borussia aus Mönchengladbach gewünscht. Ja, was ist noch zu sagen? Damit ihr auch ins Stadion kommt, legen wir 100 Euro Fahrgeld drauf. Und damit eure Jungs aus dem Verein, aus dem Schützenverein sich auch mit freuen, habe ich dann gesagt, muss auch was zu trinken her. Und der Sieger bekommt für seinen Verein dann noch 50 Liter Freibier zur Verfügung gestellt. Strengt euch an am Vatertag. Die Erftjäger kommen alle hin, haben ein tolles Turnier organisiert, kann ich euch sagen. Und es wird eine runde Sache. Viel Spaß. Die Vota wünscht ein gutes Gelingen.